Die zweite Tarifrunde zwischen Verdii und Lufthansa bleibt erfolglos. Der Verdii-Vorstand wirft Lufthansa vor, die Beschäftigten trotz Rekordergebnissen zu schlecht zu vergüten. Ein Klick für den Datenschutz erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Drittanbietern nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server, Facebook, Google, Instagram, Twitter, etc. übertragen. Über den Datenschutz dieser Anbieter können Sie sich auf den jeweiligen Seiten informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in einem ZDF-Cookie. Diese Zustimmung können Sie in den Einstellungen unter Mein ZDF jederzeit widerrufen. Näheres dazu erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung. SoCiAl Media Inhalte Anzeigen DEW Class gleich TVRAP Blockquote Class gleich Twitter Tweet Detailang gleich dearef gleich HTTPS Doppelpunkt Schrägstrich schrägstrich TWITTER.COM Schrägstrich Unterstrich Verdi Schrägstrich Status Slash Blockquote Slash DEW